Herzlich Willkommen zu 100 Mauerbrecher gegen Rathaus Stufe 7 und ich hab mich so riesig drauf gefreut, ich wollte das einfach schon immer mal machen und hab die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, denn jetzt hab ich ja Mauerbrechern auf Stufe 5 Mauerbrechern, genau Hier seht ihr schon, wie ich die ganze Welle unten eindroppe, dann oben runter und gleich auch nochmal ein paar von unten und das sieht einfach so fett aus, wie die sich da einfach durchsprengen und tatsächlich auch noch ein paar Ressourcen klauen Ich weiß nicht, das sieht einfach so fett aus, ich wollte das unbedingt ausprobieren und weil es so schön war, gleich nochmal Ja, 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 toll, oder? Ich weiß nicht, ich find das irgendwie ziemlich fett, wie die da reinrennen Ich find halt diese Mauerbrecher auf Stufe 5 auch richtig, richtig cool mit ihren goldenen Bomben Wobei ich ein bisschen finde, langsam werden die ein bisschen schwach, die Mauerbrechern Gerade weil wir jetzt Mauerbrechern, warum sag ich die ganze Zeit Mauerbrechern? Mauerbrecher, gerade weil wir ja neue Mauern haben, schon etwas länger jetzt die blauen Mauern und ja, ich bin mal gespannt, ob da vielleicht irgendwann mal was kommt Ich hoffe, dass sie die Mauerbrecher dann nicht irgendwie lila oder rot machen Ich weiß ja nicht, was die momentan in ihren blauen Mauern da vorhaben Naja, und auf jeden Fall dachte ich mir, komm, haust das mal raus Und ja, ich weiß nicht, es gibt bestimmt schon so Videos auf YouTube Aber mich würde einfach mal interessieren, habt ihr Lust noch andere Videos zu sehen In denen ich nur mit einer Ressource, äh, mit einer Ressource, mit einer Einheit angreife Das heißt irgendwie mal mit, ähm, die Kobolde, die hab ich ja auch schon ausmaximiert Mal gucken, vielleicht alles andere, vielleicht kann ich auch mit 5er Einheiten angreifen Da könnt ihr mir ja einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben Ob ihr sowas ab und zu nebenbei auch mal sehen wollt Ähm, ja Krass, ey, echt 20.000 Gold, nur mit Mauerbrechern Ich meine, das ist natürlich jetzt kein, kein großer Gewinn Aber es ging mir ja eigentlich primär eher darum, das mal zu zeigen Hier, das ist übrigens der erste Angriff, den ich probiert hatte mit 100 Mauerbrechern Ähm, ja, der ist jetzt nicht so gut gelungen Da sieht man das auch wieder bei den, ähm, lilanen Mauern Jetzt will ich mich nicht vertun Ich meine, es sind Stufe 6 Mauern Oder Stufe 7 Ich bin mir nicht, ich kann mir das einfach nicht merken Warum? Wer kann sich sowas auch merken? Und da sieht man einfach, ähm, für so eine Mauer brauchen die Mauerbrecher ja dann 2 Mauerbrecher, um das zu zerstören Ich, mich würde mal interessieren, wie oft ich jetzt Mauerbrecher gesagt habe Vielleicht kann ja jemand mal unten in die Kommentare schreiben, wie oft ich Mauerbrecher gesagt habe Ähm, ja Der Kampf ist jetzt nicht so gut geworden Und, äh, ja, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ihr das auch interessant fandet Ähm, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Und wie gesagt, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt Äh, ja, da unten ist so ein Ding, ne, Kommentarzeile und so Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Macht's gut